Ich habe mittlerweile vor einer Montageanleitung von Ikea mehr Angst, als vor einem neuen Album von Hansi Hinterseer. Eine Angst, die uns alle vereint, oder? Wie so viele übrigens. Haben Sie gewusst, bei uns in Albersdorf-Bribuch in der Steiermark haben jetzt immer mehr Leute Angst davor, zum Wirten zu gehen? Echt? Euer Dorf wird ist doch eh ganz okay. Ja, aber das ist seit letztem Jahr ein Running Sushi. Ein Running Sushi? Echt so mit Förderband und so? Nein, ohne Förderband. Dann ist es aber kein Running Sushi. Doch, wenn noch einen dritten Teller rennst, aufs Klo. Das Essen. Das Essen ist ein super Weg, um so ferne Kulturen und so exotische Lebensweisen kennenzulernen. Wissen Sie, wo Sie in Wien hingehen müssen, wenn Sie mal so einen richtigen Kulturschock erleben wollen? Ins Steirereck. Vielen Dank. Vielen Dank.